Hallo und herzlich willkommen zu diesem FreeCAD 019 Tutorial hier auf dem Kanal von Flowey's Corner. Wir starten heute mit der FreeCAD Versionsnummer 019 der Revision 22665 aus dem GitHub Repository und wollen heute mal in der FreeCAD 019, in der aktuellsten Version, eine Druckfeder nachbauen. Die Druckfeder ist ein Bauteil, ein ganz klassisches Maschinenelement und wurde zuletzt hier auf YouTube vorgestellt von Roland Frank, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und Roland Frank hat auf seinem YouTube-Kanal diese Druckfeder mit einer deutlich älteren Version von FreeCAD erstellt. Das Video hat mittlerweile auch schon über 70.000 Views bei YouTube. Und was dann ein bisschen schade ist, dass neue Nutzer, die neu zu FreeCAD hinzustoßen, in diesem Tutorial vielleicht ein paar Arbeitsweisen sehen, die auf der 019 nicht mehr so passen. Und da habe ich mir gedacht, so als klassischer FreeCAD-YouTuber könnte es nicht schaden, das Ganze mal auf die 019 anzupassen. Und ja, noch eine Sache im Vorwort. Wir arbeiten im Part-Design, also der featurebasierten Arbeitsumgebung Part-Design und müssen uns trotzdem in der Part-Workbench, also der anderen Workbench hier bedienen, um die Helix zu bekommen als Grundlage für unsere Druckfeder. Die gibt es im Part-Design aktuell noch nicht. Los geht's. Wir wechseln zunächst wirklich dann ins Part rein, um uns dort bei der Helix zu bedienen. Gehen dann hier auf den Schalter Erstellung von parametrisierten geometrischen Grundkörpern und suchen uns dann hier unter den geometrischen Grundkörpern links in der Kombo-Ansicht die Helix heraus. Das ist dieser Körper hier und geben jetzt hier die Werte ein. Ich werde die jetzt so ein bisschen aus dem Kopf, so ein bisschen Freestyle eingeben. Also ich möchte eine Steigung von 10 mm haben zwischen den einzelnen Windungen, eine Gesamthöhe von 60 mm und der Radius meiner Feder, den lege ich jetzt einfach mal auf 15 mm fest, rechtsdrehend und jetzt kein Winkel, alles okay und erstelle mir das Ganze, schließe mir dieses Menü und habe jetzt hier schon mal die Helix als Grundelement der Druckfeder. Man könnte jetzt im Part weiterarbeiten, aber wir haben ja gesagt, wir machen das im Part-Design und lernen dabei auch noch ein paar Dinge, wie wir aus dem Part sauber Elemente in die Part-Design-Workbench überführen können. So, als nächstes Part-Design wählen und wie ihr schon wisst, wenn ihr schon etwas länger auf meinem Kanal seid, in der Part-Design läuft alles nur mit Buddies, also nur hier mit Buddy-Containern, die man hier in seiner Part-Design-Umgebung zwingend braucht. Das heißt, erstmal ziehen wir uns jetzt hier einen neuen Körper hier in die Part-Design-Umgebung rein und können jetzt hier anfangen zu konstruieren. Die Helix ziehen wir uns jetzt hier nicht rein in den Buddy oder so, sondern die linken wir uns hier mit dem sogenannten Shape-Binder oder Bezugsobjekt jetzt hier auf Deutsch. Das bedeutet, dass das einfach hier quasi rein verlinkt wird, die Geometrie, und das ist genau das, was wir tun wollen, damit wir dann im Buddy auch mit dieser Geometrie arbeiten können. Wir wählen, schauen, dass der Buddy dick und fett geschrieben ist, dann ist er nämlich aktiv. Man muss immer schauen, hier aktiven Körper umschalten, wenn man mehrere Buddies im Dokument hat, dass man immer mit dem aktiven Körper arbeitet. Wir haben jetzt hier nur einen, deswegen ist der eh fett. Trotzdem, merkt euch das schon mal. Und dann selektieren wir einmal hier mit Klick die Helix und ziehen uns jetzt hier mit dem Shape-Binder-Objekt diese Helix unter den Buddy. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier einen Shape-Binder drin, der sich auf die Helix bezieht. Und wenn ich die Helix jetzt hier ausblende mit der Leertaste, dann seht ihr, dass wir immer noch in so einem fast unsichtbaren Kack-Gelb jetzt hier den Shape-Binder drin haben. Das kann man natürlich nicht richtig erkennen. Da habe ich, glaube ich, irgendwie was in meinen Farbvoreinstellungen vermurkst oder auch nicht. Jedenfalls müssen wir das erstmal korrigieren. Also rechte Maustaste hier drauf auf die Darstellung und stellen uns die Linienfarbe jetzt hier zumindest mal auf irgendetwas, was wir auch erkennen können. Von mir aus dunkelblau. Jedenfalls wollen wir ja mit dieser Linie arbeiten und dann müssen wir das auch erkennen können. So, nun haben wir die Helix hier drin als Bezugsobjekt und können jetzt einfach weiterarbeiten. Wir brauchen jetzt noch den Drahtdurchmesser für die Feder. Klicken auf Origin, drücken die Leertaste und schalten uns die Bezugsebenen ein. Jetzt können wir die XZ-Plane wählen, weil die genau senkrecht hier auf diesem Stück der Helix draufsteht, wie die Helix hier unten ausläuft, also XZ-Plane, und dann eine neue Skizze erstellen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir entweder den Radius hier unten anlegen oder dass wir uns einfach den Punkt hier fangen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich würde jetzt mal diesen Punkt hier oben einfach mit einer verknüpften Kante fangen und linke mir jetzt hier den Endpunkt der Helix, linke ich mir jetzt hier in meine Skizze herein. Dann kommt hier so ein roter Punkt hier dran und den kann ich jetzt benutzen, um beispielsweise hier einen Kreismittelpunkt draufzusetzen. Und dann gebe ich im Kreis noch hier einen Durchmesser von zwei Millimetern. Und dann bin ich auch eigentlich schon soweit fertig. Vollständig eingeschränkt, kann ich hier rausgehen, kann mir den Origin mit der Leertaste wieder ausblenden und viel mehr ist es tatsächlich nicht. Denn jetzt kommt der Sweep-Befehl, also hier der Kollege Erzeugen eines Objekts durch das Führen einer geschlossenen Skizze entlang eines Pfades. Also den Sketch hier auswählen, den kann ich mir natürlich noch umbenennen. Querschnitt nennen wir den. Und diesen Querschnitt wählen wir und sagen einfach, jetzt möchte ich den Pfad entlangführen. Den Pfad steuere ich hier über das Objekt. So, das heißt Objekt klicken und im Modell einfach hier den Shapebinder für die Helix auswählen. Und dann kann ich hier wieder in die Aufgabensicht zurück wechseln. Er hat das jetzt genommen. Sieht soweit alles gut aus. Kann ich auf OK gehen. So, und dieses Teil ist jetzt tatsächlich noch voll parametrisch. Das hier nehme ich kurz auch noch um. Sweep-Feder. Und jetzt habe ich meine Parameter nach wie vor vorliegen, indem ich zum Beispiel hier in dem Querschnitt, hier unter den Constraints, der Sketch, die Constraints, da kann ich jetzt hier nach wie vor zum Beispiel hochdrehen, hier auf 4 mm, muss dann gegebenenfalls hier oben aktualisieren oder F5 drücken. Und dann habe ich aber durchaus immer noch meine volle Parametrik hier vorhanden. Weitere Parameter würde ich jetzt hier über die Helix steuern. Einfach einmal anklicken und dann kann ich hier unten Pitch, Height, Radius, kann ich jetzt hier alles verändern. Können wir jetzt hier zum Beispiel in den Pitch machen, das jetzt 8 mm Steigung hat. Müssen wir wieder aktualisieren und dann kriegt die Feder etwas mehr Windungen. So können wir das jetzt nach wie vor voll parametrisch bearbeiten. Die Helix an sich hier oben in der Helix, den Querschnitt hier unten in meiner Skizze. Wenn ich jetzt ganz sauber gearbeitet hätte, hätte ich jetzt hier dieses Teil in meinem Querschnitt, hätte ich auch noch benannt, zum Beispiel Quer-DM. Dann weiß ich nämlich, das ist der Querschnitt-Durchmesser. Und dann heißt der jetzt hier, liegt es in meinen Labels, wenn ich die Constraints ausklappe, heißt der auch noch Quer-DM. Dann weiß ich auch noch besser, um was es sich dabei handelt. So, jetzt brauchen wir die Abflachung. In Rolands Tutorial hat er die Abflachung noch im Part mit Würfeln, meine ich, gemacht. Das brauchen wir nicht, weil wir jetzt ja im Part-Design arbeiten. Haben wir ja extra gemacht, dass wir hier im Part-Design arbeiten. Wir können jetzt tatsächlich Origin nochmal einblenden. Und auf die XZ-Plane können wir uns eine Skizze anlegen. Und mit dieser Skizze wollen wir jetzt mit einer einzigen Skizze, wollen wir uns jetzt hier schön die Abflachung machen. Wir zeichnen uns hier ein Rechteck in diese Skizze. Und noch ein Rechteck in diese Skizze. So, schauen wir, dass die Längen hier gleich sind. Also bei der Auswählen ist Gleichzeichen drücken oder Taste E. Die Höhen ebenfalls auswählen ist Gleichzeichen oder E. Und dann haben wir jetzt die zwei Rechtecke, um hier die Abflachung zu erzeugen, schon mal hier drauf. Jetzt können wir das Ganze noch, damit es sauber ist, auswählen. Die beiden Eckpunkte die Y-Achse und symmetrisch machen. Und genauso hier unten bei diesem Rechteck die beiden Eckpunkte Y-Achse und symmetrisch machen. Und das hier sind jetzt einfach Werte, die entspringen meiner Fantasie. Die sind jetzt auch gar nicht so wichtig. Muss halt nur groß genügend sein, um hier eine Abflachung zu erzeugen. Und jetzt die Distanz zwischen den Rechtecken, die ist selbstverständlich noch wichtig. Das ist nämlich genau die 60 Millimeter. Die könnten wir uns jetzt auch aus den Parametern rausziehen von der Helix. Das wäre auch kein Problem. Und jetzt machen wir noch hier unten die Länge, dass es vollbestimmt ist. 140 von mir aus. Und das reicht auf jeden Fall, um als Taschenbefehl subtraktiv hier auf meine Helix einzuwirken, um meine Helix jetzt hier oben und unten mit einem Befehl abzuschneiden. Also jetzt hier, Skizze nenne ich jetzt hier ganz kreativ abschneiden. Wähle mir diese Skizze, gehe auf den Taschenbefehl und im Prinzip noch symmetrisch einschalten, dass er nach vorne und nach hinten abschneidet und durch alles hindurch. Und dann war es das sauber im Part-Design designt. Was man jetzt noch verbessern kann, das mache ich nicht. Da vertraue ich drauf, dass ihr da mittlerweile, wenn ihr meine Videos kennt, schon fit genug seid. Ihr könnt euch jetzt hier den Parameter der Höhe zum Beispiel aus der Helix ziehen und könnt das dann im Pocket, also hier beim Abschneiden, könnt ihr das hier in der Skizze anbringen. Genauso die Dimension der Rechtecke hier könnt ihr darüber steuern. Da könnt ihr einfach mal euch ein bisschen austoben, um es wirklich 100% vollparametrisch zu machen. Für mich und für mein Tutorial hier reicht das jetzt in dem Falle. Denn es ging nur darum, wie man in der 19 sauber mit Shapebindern hier arbeiten kann, um hier eine saubere Druckfeder zu erzeugen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Unterstützt das Video doch gerne, indem ihr einen Daumen hoch gebt oder indem ihr ein bisschen in den Kommentaren rumschreibt, Fragen stellt oder eigene Ideen für Videos loswerdet. Ich bedanke mich, macht's gut, euer Flowey und auf Wiedersehen.